Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Unser Sturmzentrum läuft ja bislang noch nicht so richtig rund. Simon Terodde und auch Sebastian Polter haben jeweils einmal in der Bundesliga getroffen. Logischerweise blickt man dort auch möglicherweise auch mal in die Zukunft, um vielleicht dann auch nochmal einen neuen Stürmer an Bord zu holen. Denn während Marvin Pieringer in der zweiten Bundesliga als Leihspieler bei Paderborn extrem überzeugt, gibt es nun ein Gerücht aus der Schweiz, dass wir einen weiteren jungen Stürmer zumindest mal auf der Liste haben. Denn nach Angaben der Schweizer Tageszeitung Le Novelli sind wir interessiert an Philipp Stojkovic, ein 22-jähriger Stürmer aus der Schweiz. Es gibt mehrere Vereine, die den jungen Mann auf dem Zettel haben und zu diesen Interessenten sollen eben auch wir Schalker zählen. Und das ist erstmal ein durchaus interessanter Name, über den man einfach mal sprechen kann. Stojkovic ist 22 Jahre jung, hat einen Marktwert von 1,3 Millionen und spielt in der Schweiz beim FC Sion und hat dort bislang eine richtig gute Saison erlebt. Acht Spiele gab es in der ersten Liga, er hat vier Tore erzielt, zwei Tore vorbereitet und ist zudem auch Schweizer U21-Nationalspieler. Wenn man nochmal drauf guckt, was er für ein Stürmertyp ist, dann ist das finde ich schon relativ ähnlich wie bei Marvin Pieringer. Er bringt von allem ein bisschen mit, hat ein gutes Tempo, eine gute Physis, auch eine gute Ballbehandlung, ist auch durchaus nicht verkehrt im Spiel mit dem Kopf und mit dem Fuß und ist natürlich dann auch erst recht interessant, weil sein Vertrag am Ende der Saison ausläuft. Trotzdem stelle ich mir dann die Frage, ob da dann wirklich was dran ist, ob das dann wirklich endgültig Sinn macht. Natürlich haben wir im Sturm durchaus unsere Probleme. Polter und Karaman als neue Spieler konnten noch nicht überzeugen. Simon Terodde kriegt bislang auch noch deutlich zu wenig Bälle, meiner Meinung nach, und ist natürlich auch nicht mehr der Jüngste. Aber wenn man dann darauf blickt, was Marvin Pieringer in Paderborn erzielt und vor allen Dingen auch da umsetzt an Toren und Vorlagen, wie er da im Spiel eingebunden ist und man das dann eben auch mit Stolkowitsch vergleicht, ist halt dann die Frage, ob man da einen extern hinzuholt oder eben dann lieber einem eigenen Spieler vertraut, der es vielleicht sogar in Summe aktuell nochmal einen Ticken besser macht. Eure Meinung zu dem Gerücht mal gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker.